Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge 68 von Elderskreuz Online. Wir sind an der festen Rotmähne. Wurden Vandasias Truppen gesichtet, Hauptmann Rian? Ich habe gerade erfahren, dass die erwachende Flamme eingetroffen ist. Und sie hat Portalmagier in ihren Reihen. Eveli, bringt die Ambitionen ins Wachhaus. Ich werde sie beschützen. Bleibt hier und verteidigt den Innenhof. Ich werde sie beschützen. Kledewachters, okay. Oh, yo, 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 oh. Macht sie die doch. Ja, es geht ja doch die. So, nachher die immer nur einzeln. Oh, mach mal eine Salve. Wenn die immer nur einzeln kommen, dann ist doch... Ist das ja halb so wild. Dann geht das ja noch. Gebt uns ein Ziel. Das Ziel kommt von alleine. Pass mal auf. Ja, so schon. Guck mal. Boah, ich muss hier ein bisschen weiter... Ey, 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 ey. Ey, ihr seid die Bogenschützen. Wenn ihr Ziele nicht alleine trennen könnt. Ich müsste vielleicht mehr in den grünen Kreis rein, aber dann bin ich so dicht dran. Weil ich will die ja auf die Entfernung schon runter und down machen. Also will ich mal gar nicht so dicht da ran. Ach, so einer wieder. Ein Tänzer. So, mal sehen, probieren. Ob das besser klappt. Oh, wie ist das was? Oh, blaue Eisen. Blaue Eisenkeule. Aber der Name hier fällt mir nicht so richtig, Söldnerin. Aber ist ja nun mal so. Gut, ihr seid hier. Ein wenig Hilfe, bitte. Okay. Wie du möchtest. Wie du möchtest, mein Schatz. Es gibt noch mehr von diesen Scheuzeilen auf dem Balkon. Na ja klar, die sind überall mit ihrem Portal. Kommt ihr überall hin, das. Das war zu erwarten. Guck mal, ob wir noch unsere Leute retten können. Ein paar wenigstens. Umgehen. Ach, wir. Komm, wir. Bitteschön. Herzlich bedankt, habt ihr gesehen. Ist ja cool. Das ist ja cool. Auf dem Balkon noch. Balkon. Äh, da da oben. Wo all die Dinger? Ach. Uh. Ach, da. Uh. Wie gesagt, ich wollte ja nur noch mal bemerken, wenn ich selber auch vier Arme hätte, dann wäre ich, äh, wäre ich, äh, wäre ich ja, äh, wäre ich ja noch viel gefährlicher. Dann hätten die ja überhaupt keinen, dann würde es ja wahrscheinlich gar keinen Spaß mehr machen. Mache ich einmal so mit dem Finger so, tschupp, und dann sind sie tot. Das muss ja nicht. Soll ja schon ein bisschen Nervenkitzeln, soll ja schon bei sein. Ich habe Sombren und die Zwillinge aus den Augen verloren. Sie sind nach Westen gerannt. Ja, und wo bist du, du kleiner Scheißrach? Hä? Sarah, Sarah ist nicht. Ich finde die Mention. Hatte mir das zugerufen von fünf Kilometer weg. Okay. Ich bin ja schon groß, ich kann ja auch alleine suchen. Stimmt. Das stimmt. Da sind wir gekommen. Ambitionen suchen. Ich habe hier sonst keine Ambitionen, na? Das ist auch schon da. Anruferin. Schön Gold, hast du gesehen? 13 Gold. Wartet. Rache. Komm, du auch noch. Ja, komm, ich mache euch deine Spielerchen da. Schauspieler. Hehe. Da lang. Ja. Stimmt natürlich. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Das muss natürlich auch sein. Runter von mir. Das verpasse ich jedes Mal. Also das ist, das ist meine Schwachstelle, glaube ich. Rohleder, das ist gut. Rohleder fetzen sind immer gut, die brauche ich auch. So, Riesending, hä? Immer noch keine Spur von den Ambitionen? Wie bist du denn da hingekommen jetzt? Verschlungene Wurzeln, was für ein Schlamassel. So, ich bin einem Haufen. Portale haben sich um uns herum geöffnet und Deldra sind. Ich bin mir nicht sicher, aber sie sind nach Westen gelaufen. Wie bist du hier? Der innere Burghof liegt in dieser Richtung. Es würde mich nicht überraschen, wenn Sombren vorhat, in Bewegung zu bleiben. Vandasia dürfte Schwierigkeiten haben, die Ambitionen zu haben. Wenn sie sich nirgendwo länger aufhalten. Und dasselbe gilt für uns. Das ist ungünstig. Ja, das stimmt natürlich. Aber was soll man machen? Da müssen wir durch, Schatz. Da müssen wir durch. Da sind sie doch. Hier drüben, Söldnerin. Wann das, Sias Truppen? Sie sind überall. Sombren. Ich spüre noch mehr von ihnen. Sie kommen. Ihr alle. Unter den Schild. Ihr alle. Ah, guck, der Kattenschild. Was denn? Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Was macht der Schild? Der dämpft. Ja, der dämpft. Blitzen. Feuer schaden. Blitze auch. Zeit zum Gehen. Bleib dich bei mir. Oh. Oh, gerne, gerne, gerne. Wenn man es schon mal hat. Kali hat krügt mit Feuerstrom. Es gibt, ja. Ich will nicht meine Bombskühne. Oh, ich will nicht meine Bombskühne. ja das ist ein weiterer wieso kann man nicht die portale nicht zerstören als solch bleibt in bewegung los wir machen aber gleich erstmal weg wir zögert das unausweichliche nur heraus ihr monster sind unsere eltern tot